ich mach nur ein rekord mama ich bin im guinness world book der rekord was wie heißt das mal guinness world record ah fuck off hallo willkommen beim besten channel auf deiner du du röhre ich bin's der dennis das ist der max grad gewesen und ja was spielen wir denn max wir spielen minecraft mann aber mit hochauflösender grafik und in 4k und da ist ein gegner und wir spielen waffenmeister du kleiner hunde so ja wir spielen wenn ich für vier waffenmeister willkommen einfach das war ein bisschen willkommen leute es geht und das ist jetzt wahrscheinlich das letzte video diesem jahr das ist das video für immer noch was trinken ja ach so wir machen noch mal werbung das ist hier jetzt monster energy ne quatsch rockstar blue raspberry hier ich habe rockstar das original recipe und ähm monster punch den pinken ne also black oh mein gott ich mein hummer ist genau so dumm wie ich und ja man sieht schon ich bin nicht normales waffenmeister sondern schon mit ein paar anderen vorgegebenen waffen wir fangen nicht erst bei pistole an ja das ist ein anderer waffenmodus ja deswegen ja meine ich doch kollegen ne und ja max hat noch keinen kill und ist gerade eben gestorben das muss keiner wissen ah sehr gut erster kill auch hunde so im camper jetzt real tschuldung tschuldung ja 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 jungen zweite waffen jetzt kommt die schrottgarn schrottflinte schrottgarn schrottflinte kill weggesnackt easy peasy lemon squeezy jetzt geht es hier los jetzt bei der aufnahme richtig heftig aber wenn ich privat spiele wie gesagt falls es gleich zu schnell geht dann machen wir noch eine zweite runde aber ich glaube das dauert lang genug happy hub happy den kill easy ist das wieder dieses maschinengewehr was so ein richtig schlechtes visier hat ich finde das holo wie sehen das ist jetzt okay das gab es noch so ein maschinengewehr was ja das holo also die besten sachen in battlefields sind schallämpfer holo visier und bulldog ich habe beim jungen bulldog die größte rotzwaffe der welt warum schaue ich überhaupt zu geh mal weg deine mutter ist die nicht op die bulldog op definieren sie op ja overpowered sowas gibt es da zu definieren oh mein galt da ist jemand gestorben ich spiele morgen aus dem reporten und wie er war das immer noch nicht einmal angeguckt ich habe das spiel mal auf dem handy gespielt der jungen hat richtig erst gesagt na gut auf dem handy oh mein namen ist bischopp gute nacht ja max macht einen auf dennis von der warte bin ich der 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 so ranzig trinkt spaß hat richtig rein ich muss aus hier ja mann jetzt habe ich jetzt habe ich die beschissen zur waffe in ganz ja leute wir nehmen jetzt dich rasiert jungen dann hätte er geklippt jungen clip that shit ja leute wir nehmen noch mal hier auf halt vor weihnachten wahrscheinlich kurz vor nur mal ganz kurz kurz vor dem lockdown wahrscheinlich auch wenn das jetzt kein politischer politischer channel ist ja wir sagen einfach nur bald ist lockdown und deswegen nehmen wir noch mal auf meine meinung ist einfach ein junger hätten die einfach früher machen sollen ja eigentlich ja schon aber mehr sagen wir auch nicht dazu ja sonst wird man demontarisiert obwohl wir eigentlich eh kein geld kriegen wir können eigentlich so richtig krass beleidigen so ich fick Jubs mutter wir können so 24 minuten lang so mehrere beleidigungen hintereinander schneiden und es wäre egal weil wir eh kein geld kriegen oh du hast die sniper ah goddammit die ist nicht so nice muss man wirklich mal sagen die sniper ist nicht so nice ich schneide hinterlei wand was ist das denn für eine scheiße klingt das schwer an äh ich könnte wieder was mehr geben ja äh slash wort 4 wer den insider jetzt kennt der ist gut der ist äh premium loot naja und das war noch ein insider 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 noch mal insider ich weiß nicht also diese map hier ist das hainan resort ja ne ja falls die stinken sollten nach knoblauch tut mir sehr leid ich hab knoblauch gegessen ja als ob die zuschauer so mitkriegen dass das stimmt doch ja aber nicht durch mich mein juckt also hainan resort ich weiß nicht feiere ich nicht so die map ne die einzigen maps die man so feiert operation spielt ist halt einfach so schlimm oh deine mutter ähm wie heißt denn die eine map ah der die shanghai man shanghai und dann ähm siege auf belagerung von shanghai heißt die glaube ich und dann die andere die auch fast wie shanghai glaube ich auch ich glaube das ist so das sind jetzt nicht welche denn was shanghai ich glaube ähm mitten ah fuck wie hieß die ähm diese eine komische langhangdamm ist auch ganz okay ja genau die und ähm die eine wo die eine fast ähm im dunkeln spielt ich habe vergessen wie die heißt ich glaube die ist tiara schnellstraße ne das war battlefield 3 ich hab schon vergessen welches spiel super war he he nicht kaputt hört zum von den ja ja roadmap failed lol what ja wer keiner gewottet das wird sposten oder ja ich glaube schon ok ja ja the total number of votes zero ja also macht einfach random ne map warum sollen wir dafür voten naja warum aber nicht spiel ist komplett von bastarden gemacht also EA oder ja deswegen stimmen wir es auch leute easy abzocke so heißt EA hast du überhaupt schon einen kill mit der waffe ne doch einen aber ein support kill naja reicht ja ja ich weiß nicht ich tu mich ja eh mit sniper schwer mag es ja eigentlich besser bei sniper aber mit der waffe LABITZE was LABITZE ja das ist indisch wahrscheinlich genau das ist ein indisches gesicht aus Lamm und Kuh ha ich sag nur noch eine sache und dann reicht es auch do 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 da 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 ja ich hab vergessen Booster zu aktivieren kein Booster oder was kein Booster oder was oder was vor allem der 200er Booster gerade mal eine Stunde geht es um die Fresse leider ja der 100er geht eine Stunde dann hätten die 200er mindestens auf 2 Stunden machen können also das ist jetzt auch also Battlefield ganz ehrlich habt ihr überhaupt noch einen Hörnmasten in eurem scheiß Schäde oder habt ihr noch Kacke da drin oder wir bringen sowas wie FIFA jedes Jahr raus hab ich auch gedacht stimmt FIFA ist ja von EA FIFA 21 da ist ja wirklich so hab ich ganz vergessen Ey Cyberpunk ist draußen ne ich kann fragen was das ist Cyberpunk ja das beste Spiel 2021 weißt du wer eine Synchronsprecherrolle drin hat Gronkh und High End of Blood Jungen hä hä was ist passiert ich war einfach auf dem Boden hä hä wo ist ein hä hä wo ist ein hä ja keine Ahnung das fühlt mich halt irgendwie null Cyberpunk warte ich lach jetzt mal voll krank eigentlich mich auch ich hab es auch also als ob ich mir dieses Dreckspiel hole was als ob ich mir dieses Dreckspiel hole vor allem darum die PS5 äh Max schnurz ich ja irgendwie immer nur Playstation Now oder wie das heißt und bezahlt eigentlich immer nix für irgendwelche Games ähm jetzt hab ich Playstation Plus Playstation Now ist irgendwann ich sag wer es ah ok oh ey ich glaub ich bleibe auf Distanz wie dieser scheiß Sniper bis ich jetzt zum nächsten Level komme und die Waffe bekomme die nächste meine ich im Valkraft war es allen gut dass The Forest relativ billig war wie viel war das noch ich glaub 15 Euro das geht ja noch ungefähr 15 Euro müssen wir mal ganz kurz sagen da merkt man auch schon dass wir nicht gesponsert sind von EA warum kosten diese Spieler so viel Geld jetzt mal ohne Spaß das wurde auch glaub ich jedes Mal teurer also ich glaub Battlefield äh wie heißt jetzt Battlefield 5 kostet doch jetzt irgendwas mit 80 Euro oder mehr das ist wirklich so und dann stell mal vor du bezahlst noch den ganzen anderen Kram Pay2Win und so ne so ne Rotze ne ne Pay2Win ist sowas wie Clash of Clans ach ja stimmt ja gibt's ja hier nicht aber irgendwas kann man auch noch hier dazukaufen DLC sie kosten ja auch noch mal Geld ne das ist halt bei den Spielen also bei allen eigentlich League of Legends Battlefield Call of Duty League of Legends ist ja totaler Bullshit League of Legends Junge da kommt Skins raus da kommt Dust raus da kommt Emotes raus das ist ja richtig der Kanone ahja erklär mal lassen wir mal erzählen die mal was von der Laserkanone das ist ne Hurensohnwache ich wollt die unbedingt haben hast du die einmal gehabt? nein noch nie ich auch nicht von zwei Seiten das ist auch ein Insider aber das kennt keiner wer den kennt ne dann habt ihr uns gehackt wahrscheinlich das ist halt wirklich so eigentlich eigentlich muss man uns dafür hacken damit man den Insider kennt schreibt irgendeiner in den Kommentaren ja natürlich hab ich euch gehackt Spaß das ist meine Mutter so hehehe 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 what und darum hauptende level 5 ist grad Max ich glaub das war eigentlich unser bestes bei mir war's glaub ich Level 11 oder so ich glaub auch Kopf treffer Bonus Junge ich bin einfach Gott leck mich in meiner Bauherz Junge ich bin ein Gott nicht Jugendfreieselsplay hallo hehehe Jugendfreieselsplay Kinderstimme hallo hehehe das ist weg hallo das war eher die Prickstimme hehehe das ist jetzt auch kein Joke ich würd wirklich mal vorschlagen nach der Aufnahme machen wir beide auch äh Waffenmeister nochmal oder? ich spiel hab ich vielleicht den ganzen Tag Waffenmeister oder auch das also solange es nicht erst sagt ja ist halt wirklich so das ist ja kein Game Sound heute, weil die Wand zu faul ist an den Schatz zu bringen ok äh also wir müssen mal ganz kurz gucken das machen wir auch immer jedes Mal wir gucken die ganze Zeit wer ist am höchsten das Ende Level 16 ja yo das Spiel ist ja gleich vorbei wobei ich glaub es gibt bis Level ne es gibt noch Level 17 glaub ich 16 ist wahrscheinlich der Raketenwerfer und 17 ist Messer Raketenwerfer? Ja, was hast du gesagt? Raketenwerfer. Wie hieß denn nochmal dieses, ich meine, Granatwerfer? Oh, bleib doch still. Ähm, was waren das letztlich mit diesem Eiszapfen? Ich hab keine Ahnung, no joke, ich hab so eine DLC-Waffe. Es gibt ja auch den Modus DLC auf manchen Servern, ich glaub das ist halt wirklich eine DLC-Waffe. Ich hab so einen Eiszapfen gemacht. Ich weiß was du machst, ob du die halt mit dem Eiszapfen abwürfst oder so. No joke, keine Ahnung. Stimmt, es gibt einen Modus DLC, es gibt Classic und Standard, was einfach nur dumm ist. Ich brech gleich diesen Tisch zusammen. Und es gab noch irgendwas viertes. Äh, Pistole. Ah ja, genau. Ist auch scheiße. Also auf einen Server, wo halt auch diese ähm, wo die Labor-Map drauf war. Labor-Map? Ja, diese hier, die du feierst, diese... Ja, Langkang-Damm. Ja, genau, diesen Langkang-Damm. Bist du denn Langkang-Damm? Entschuldigung, das war jetzt mal sehr... Ja. Bildung mit Dennis und Max. Hoffentlich kommst du noch bis Level 8, das wär ganz nice. Level 10 geht, glaub ich, nicht mehr, weil... Ich glaub, es sind nur noch ein oder zwei Kills und dann ist das, glaub ich, vorbei. Was? Schon wieder Bishop. Nehmen wir noch auf? Ja. Also wir nehmen jetzt schon... Das hat Spaß. Also mein, ähm, Mikrofon dauert ungefähr noch... Mein Mikrofon dauert noch... Hä? Das klingt halt irgendwie dumm. Ohne mal dumm. Ist eigentlich das Mikrofon auf der Seite? Ja. Hält man mich gut? Ach ja, Leute, wir nehmen tatsächlich nicht mehr diese... Direkte müssen kein Störgeräusch mehr haben, weil wir nehmen nicht mehr diese... Ansteck-Mikrofone, sondern wieder die Headsets. Das heißt, es müsste jetzt kein Störgeräusch mehr geben, weil es gab irgendwie 10 Videos lang ein Störgeräusch. Ich hoffe, es gibt auf jeden Fall so... Das war noch bei The Forest mit dem Störgeräusch. So lange ist das schon her. Ich glaub, es gibt so mies, hat Störgeräusch, ist eure Ohrenwegflieger. Ja, danke schön. Oh mein Gott, die Sniper gibt's ja auch noch. Ich weiß nicht, welche schlimmer ist, die oder die andere. Ich glaub, die hier. Junge, Ein... Mach da so eine Einzelschusskacke. NEIN! Erzähl mal kurz von dem NEIN. Ich hab gerade dieses NEIN mal so laut... NEIN! Es war so ein NEIN, man kann das nicht nachmachen, das war irgendwie so... So ein Hitler-Nein. Adolf hat irgendwie nochmal Geist übernommen von Max. Der Adi! Ja. Der Adi! Es war auch wirklich schlimmer als von Peter Smits, das NEIN. Also ich weiß wirklich nicht, wie Max das geschafft hat, aber ich könnte es nicht mal beschreiben, wie es war. Kurz einmal Hitler gewonnen. Ja, also eigentlich ja wirklich. Ja und damit die Monetarisierung, ciao. Tschüss. Bis dich. Danke YouTube. YouTube ist eigentlich an sich sehr wahr. Hallo. Ja. Ich würde sagen Leute, wir machen eine kurze Pause und dann machen wir noch eine Folge. Wie? Ich bin Level 5. Ach ne, warte ich bin da oben. Level 8. Geht eigentlich relativ gut. Und dann bis gleich Leute. Tschüss, die kleinen Huen. Ja, tschau. Und dann sehen wir uns. Okay, Spaß. Nein, tschau. In Folge. Na, weder. Nein, ihr seht schon, Max ist Level 67. Ey. Und tschau.